Eine Vertreterin der Elterninitiative der Schwarzkolmer Kita Krabat bedankte sich im Stadtrat für den Besuch vor zwei Wochen. In einer Beratung im Anschluss sei nun ein konkreter Plan entwickelt worden. Das Gebäude in seiner jetzigen Nutzung werde fachkundig begutachtet und im Anschluss verschiedene Varianten wie Umbau, Anbau oder Neubau erarbeitet. Bis Ende März 2018 sollen die Unterlagen vorliegen und dann in der Debatte um den Kita-Bedarfsplan mit einfließen. Die Kita im Traugott-Kopfhaus ist zu klein. Zwei Wohnungen wurden zwar angemietet, allerdings die Sanitäranlagen nicht kita-gerecht umgebaut. Zudem muss sich der Hausflur mit einer Zahnarztpraxis und entsprechendem Publikumsverkehr geteilt werden. Seit etwa zehn Jahren wird regelmäßig über die Zustände im Haus geredet. Allerdings war bisher keine Lösung in Sicht.